Gute Morgen mein Lieben Freunde ähm Willkommen Willkommen zu einer weiteren Folge von äh Let's Play Battle Block Fiera äh ich hab mir ja auch gefallen in der letzten Folge wie ich spiel in dem Lieben Freude Riders MP und äh ich übergebe dann mal an Dave für die Moderation Hi Leute ich bin's wir spielen wieder mit Nico Hi Nico Hi Ja Ah ich bin traurig Ich geh das ich hör auf Nein das seh ich nicht Ah Ah Ja Sack Sack Dicks Ich glaub wir müssen wir da oben zusammen machen Hä Warte Nico wir müssen das zusammen machen mit dem Diamant Ah Ah Sonst fässt die Geräusche da unten Alter Oho Sonst fässt die Geräusche Komm Nico komm komm du Einen Moment Abs Abs Ah Go for it bruh Go for it Go back for it Go back for it Please bruh Get me Geh Geh fuck Springpuff direkt Ah shit Ah ffff Fuck Ähm Ja Ja Als ob einfach Als ob einfach Ich versteh ich versteh die Checkpoints nicht Ich versteh nicht ganz warum Ich versteh nicht ganz warum Die spawnen einfach wieder Ja Ich versteh nicht warum die Checkpoints manchmal nicht funktionieren Häh Häh Hey lol Ach da oben Ich bin dran. Fuck, ey. Oh man, ich krieg's nicht hin! Haha. Niko, ah du musst mich da hinschmeißen. Komm hier hoch. Jetzt krieg dich ein. So. Jetzt schmeiß doch. Jep. Oh du, ich krieg hier. Komm. Jetzt komm. Die, die. I am awesome. Ohne Scheiß. Ich hab mir nie so viel gefällt wie jetzt gerade in der Runde. Oh man. Ah. Ja. Ich bin da schon auf dem Weg. Ich bin da schon auf dem Weg. Ja, bitte. Ja. Nein. Oh man. Immer ich. Immer ich. Leute, das ist doch nicht fair. Aber wir haben alle Diamanten immerhin. Und den Wolken. Sehr gut. Moving on. Moving on, bitch. Leute, da hinten. Guck mal. Warte mal. Lass mich mal ansaugen. Okay. Das ist die Gäste, oder? Alter. Das ist die Gäste, oder? Alter. Okay. Ja. 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 Jetzt hab ich eingeklemmt. Na gut. Komm rein. Na gut. Na gut. Ja. 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 Dich. Ja. Kein Problem. Wohhh. Bitch please. Richtig hart einfach. Das ist für uns beide. Alter! Ich bin nicht einverstanden mit dieser Situation. Ich will auch so eine coole Waffe. Kommst du? Ja kommst du. Ja. Sieht schon mal cool aus die Explosion gell? Mhm. So richtig. Ab! Ich will auch mal gefressen werden, komm. Ich habe sogar eine Errungenschaft dafür bekommen. Ich nicht. Ich glaube, du hast etwas falsch gemacht. Niko, bitte. Ich stehe auf dem. Du hast es richtig gemacht. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh! Oh! Ich habe das Geld raus, ne? Wenn du wüsstest, Digga. So je. Und dann kommt das Geld raus. Okay. Ja. Ja. Äh, wo bin ich? Da oben! Ah, Digga! Fühl dich mal auf, krieg dich mal wieder ein. Okay, gehts. Komm back here! Das ist A. Komm, hier! Gut, Gitter. Ja, ich hab dich. Great, du hast es gemacht. Boah, ei! Komm, hier, gut. Oh, da hinten ist noch was. Los, nimm's Boot, schnell! Jetzt noch! Schnell, fahr weiter als der Ausgang. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Los, los, eine Sekunde! Da hinten ist noch was! Hätte ich nicht an der Hand geschafft. Ja und? Yolo? Schnell auf die gute Arbeit! Mit zwei, Alter! Ich hasse Schulnoten. Ja, Schule scheiße. Ja, das ist nichts, die wir euch beeinflussen wollen. Aber ich würd sagen, wir werden jetzt die Folge, oder? Äh, gleich, okay. Nein, jetzt. Nein, gleich. Ich würd gern den Diamanten... Haben! Ah! Geht doch. So, Leute. Damit würd ich sagen. Oder damit würden wir besser gesagt sagen. Das war's für diese Folge. Und damit ich sagen. Bis zum nächsten Mal, haut rein! Wir haben euch jetzt da nie umziehen! Dieeeeeeeeeeeeeeeeee! Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!